Die aktuelle Transferphase von Borussia Dortmund und der Sportdirektor Sebastian Kehl wird ja oftmals so ein bisschen kritisch beäugt. Ich persönlich sehe es nicht ganz so problematisch, wenn man sich noch weiter verstärkt, vor allem in der Defensive. Heute aber möchte ich vor allem mich mal auf den aktuellen Kader konzentrieren und vor allem taktisch aus Sicht von Trainer Edin Terzic draufschauen, wie man das Bestmögliche aus dem Kader rausholen könnte und im Optimalfall natürlich erneut um die Meisterschaft mitspielen könnte. Hängt natürlich auch davon ab, was die Bayern machen, aber jetzt einfach mal der Fokus nur auf den BVB, was sie im Optimalfall machen könnten. Ich habe jetzt hier mal die Mannschaft schon mal sortiert im klassischen 4-3-3-System, wie es Terzic ja eben letzte Saison auch meistens praktiziert hat. Also ihr seht schon, ganz interessant, ich würde mit allen drei Innenverteidiger spielen, mit Schlotterbeck, Hummels und Süle. Allerdings mit Süle als Rechtsverteidiger starten. Linksverteidiger wäre eben Neuzugang Benze Baini, was auf jeden Fall schon mal eine große Umstellung wäre, vor allem im Vergleich zu Guerrero, der da ja letzte Saison meistens gespielt hat. Und auch ein Sabitzer würde hier reinrücken für Bellingham, der halt eben weg ist. Offensiv wäre es das Gleiche, aber vor allem entscheidend ist, wie sich das Ganze dann eben mit dem Ball positioniert. Ich gebe jetzt den einfach mal an Kobel, den Torwart. Und zwar habe ich da die Vorstellung, einfach das System von Pep Guardiola zu kopieren, mit dem er ja zum Ende der letzten Saison vor allem erfolgreich war. Und klar, es soll natürlich nicht einfach nur eine Kopie sein. Ich werde euch hier auch erläutern, wie genau das zu den einzelnen Stärken der Spieler passt. Und tatsächlich wäre das Ganze dann so gedacht, dass Schlotterbeck eben wie ein John Stones bei Manchester City aus der Viererkette, aus der Innenverteidigung eins nach vorne rückt. Und zwar auf die Doppelsechs neben Emre Can, während dann eben Brandt auch ein bisschen vorrückt und Sabitzer auch, wodurch man dann hier eben ein Boxmittelfeld im Zentrum hätte. Aber natürlich würde es sich auch defensiv anders formieren, mit Hummels, der dann in das Zentrum rückt, Benze Baini, der tatsächlich nicht hier an der Grundlinie bleibt, sondern auch einrückt im Ballbesitz, zum linken Innenverteidiger wird. Und Süle macht das gleiche auf der rechten Seite, rückt auch ein. Und somit hätte man dann halt eben einen 3-2-Aufbau hier hinten, was auf jeden Fall sehr interessant wäre. Vorne Adeyemi und Malen für die Breite und Aler dann vorne eben, der die Gegner bindet im Zentrum, was er ja vor allem in der letzten Rückrunde schon sensationell gut gemacht hat und so gut die Räume für die Mitspieler kreiert hat, wovon halt vor allem in dem System Brandt und Sabitzer profitieren würden, die dann hier auch die Freiräume in den Halbräumen hätten. Aber ich fände es auch interessant, wenn sie eher zentral bleiben und dann halt eben für Adeyemi und Malen die Halbräume freigeben, die die dann halt eben dynamisch belaufen könnten und die Steckpässe von eben jenen Sabitzer und Brandt in die Tiefe bekommen und so dann halt eben zu Chancen kommen. Dennoch muss man natürlich sagen, im Normalfall besetzen Adeyemi und Malen erstmal die Breite, was halt nicht ganz ideal zu ihren Steigen passt. Dennoch hat man mit Duranville für rechts da eine Option, der das sehr gut kann und Baino Giddens für links, der das auch sehr gut kann. Also die wären vom Profil her eigentlich geeigneter als Außenspieler für dieses System, diese Taktik. Dennoch wären natürlich Adeyemi und Malen erstmal aufgrund ihrer Qualität dennoch vor ihnen gesetzt. Also offensiv könnte es auf jeden Fall gut funktionieren, vor allem gegen tiefstehende Gegner, wenn man dann auch vor allem gut rotiert, also Brandt mit Adeyemi und so weiter, Sabitzer rechts mit Malen, also da wäre man durchaus flexibel und vor allem Allaire ist halt im Zentrum extrem wichtig in dem System, in dem er wieder die Gegner bindet und so Freiräume für seine Mitspieler kreiert. Das soweit zur Offensive, jetzt zur Defensive beziehungsweise den fünf Aufbauspielern hier. Kobel kann natürlich auch noch dazu kommen, ist auch recht gut mit dem Ball am Fuß und dann hat man hier halt eben den 3-2-Aufbau mit Schlotterbeck im Mittelfeldzentrum, was natürlich die kurioseste Anpassung hier meinerseits ist, taktisch gesehen. Aber lasst es mich erklären, Schlotterbeck ist für mich echt stark mit dem Ball am Fuß, einer der spielstärksten Innenverteidiger der Liga und ich glaube, eine Position weiter vorgeschoben, könnte er da echt gut brillieren, denn wir schauen einfach mal hier seine Passstatistiken an. Das sieht auf jeden Fall echt gut aus, da sind vor allem viele Pässe in das letzte Drittel ohnehin schon als Innenverteidiger. Generell spielt er auch echt gute Steckpässe in die Tiefe, das sieht man vor allem, wenn er Dreierkette spielt und da als linker Innenverteidiger oft antribbelt und sehr hoch steht. Das hat er bei Dortmund nicht allzu oft gemacht, aber bei Freiburg hat man das des Öfteren gesehen oder auch bei der Nationalmannschaft, auch wenn die generell nicht so überzeugen, hat er da vor allem im Spiel gegen die Ukraine echt gute Pässe gespielt auf einen David Raum, der da oft eingestartet ist, das könnte ich mir hier vorstellen, mit einem Adeyemi vor allem links, dass er den in die Tiefe schickt und generell glaube ich, dass Schlotterbeck da echt gut aussehen könnte. Er hat auf jeden Fall die physischen Voraussetzungen, das ist natürlich klar, auch für die Restverteidigung, wenn man mal den Ball verliert und generell ist er ja ohnehin recht fehleranfällig und ich glaube, wenn er jetzt hier einen Fehlpass spielt, wäre das weniger schlimm, wie jetzt eine Kette weiter hinten in der Dreierkette, wo dann halt eben die Absicherung viel schlechter ist. Ansonsten Emre Can glaube ich, könnte davon auch profitieren, denn oft lässt er sich ja auch hier hinten reinfallen. Jetzt könnte er hier bleiben und vor allem dank Schlotterbeck könnte man ihm wichtige Aufgaben im eigenen Aufbau auch abnehmen, denn Can ist zwar echt gut gegen den Ball, ein richtig harter Zweikämpfer, gewinnt da auch viele, aber mit dem Ball ist er jetzt nicht unbedingt das, was man sich wünscht und ich glaube, man könnte ihn da mit dem 3-2-Aufbau durchaus gut entlasten, auch wenn er natürlich auch Pässe spielen kann, so ist es natürlich nicht. Zudem würde Hummels hier in die zentrale Position der Dreierkette rücken, was ich vor allem gut finde, da man so sein Tempo bestmöglich kaschieren kann, denn wenn er jetzt mal ein Laufduell hat, hat er hier direkt die Unterstützung von Süle oder Benze Baini, die natürlich schneller als er sind und durch die eingerückte Position näher an ihm dran sind und wenn wir gleich bei denen bleiben, dann hat man hier natürlich rechts Süle, der meiner Meinung nach gut in der Rolle aufgehoben ist, hat ja auch des öfteren Rechtsverteidiger in der Viererkette gespielt, kann auch gut antrippeln hier mit dem Ball nach vorne hin und ist auch rechtspielsteig, also das passt auf jeden Fall zu seinen Stärken. Andererseits hat man natürlich Benze Baini, von dem man natürlich anderes gewohnt ist, eigentlich offensiver, dennoch glaube ich, dass er in der Rolle echt gut aufgehoben wäre, ist recht zweikampfsteig, also da hätte man jetzt defensiv von physisch kein Problem mit ihm und auch ansonsten ist er natürlich nicht der spielstärkste, aber er kann ebenfalls wie Schlotterbeck oder Süle echt gut antrippeln, mit seinem starken linken Fuß wäre er links hier auch gut aufgehoben, kann dann eben hier wie Schlotterbeck antrippeln und sie würden sich nicht mal in die Quere kommen, wenn man Schlotterbeck eben eins vorzieht, das war oft so ein bisschen meine Befürchtung bei der Benze Baini-Verpflichtung, aber mit diesem taktischen Kniff mit Schlotterbeck im Mittelfeld könnte man das glaube ich echt gut umgehen, natürlich könnte man hier auch flexibel sein, dass Schlotterbeck mal hier bleibt und Benze Baini ins Zentrum geht, ist vielleicht nicht ganz seine Stärke, aber er ist jetzt halt eben auch nicht der Spieler, der hier in der Grundlinie klebt, er hat generell einen Drang nach innen zu ziehen, auch offensiv gesehen, aber auch defensiv und dementsprechend wäre das glaube ich, wenn er hier so im Halbraum links ist, echt eine gute Lösung für ihn und generell für die Mannschaft eine echt gute Taktik, zudem hast du eben mit einem Matcher einen Spieler, der ebenfalls in der Rolle hier für Sabitzer reinkommen könnte, kann auch mit Sabitzer spielen, also das wäre eigentlich nicht das Problem, Reus kann ebenfalls in die Brandrolle schlüpfen oder auch mal außen bleiben, also da ist man echt flexibel, Moukoko kann zentral spielen, vor allem wenn Allaire beim Afrika Cup ist und ansonsten glaube ich, dass auch ein Özcan hier auf der 6 besser aufgehoben wäre in dem System, wie in dem normalen 4-3-3 allein auf der 6, also das würde auch ihm helfen, falls jetzt mal Can verletzt ist und Özcan dann eben den 6er gibt und generell finde ich, dass das System, die Taktik einfach gut zu den Stärken der Spieler passt, außer jetzt vielleicht außen mit Adeyemi und Malen, dennoch glaube ich, dass die das auch gut machen könnten, wenngleich man natürlich sagen muss, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz realistisch, dass Edin Terzic darauf setzen wird, ist jetzt taktisch vielleicht nicht unbedingt der begnadetste Trainer, wenngleich er natürlich emotional und so weiter andere Stärken hat als Trainer, aber man kann natürlich auch das klassische 4-3-3 spielen mit dem Kader, was auch viel wahrscheinlicher sein wird, dennoch wollte ich jetzt einfach hier mal das Ganze, die Taktik hier vorschlagen, einfach mal zu zeigen, was möglich wäre mit dem Kader eigentlich taktisch, das soweit also zum BVB und der möglichen Taktik zur nächsten Saison, Was sagt ihr zu meinem Vorschlag hier? Sagt ihr, das wäre möglich? Oder seht ihr es als kompletten Quatsch an? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!